Der CFP-Fronc Isocode XPF ist seit Dezember 1945 die Währung in den französischen Überseegebieten französisch polinesieren. Neukaledonin und Wallis und Futuna bis 1965 liefen von der Bank de Linde durch jene emittierte Banknoten um. Die Parität wurde zur Einführung am 26. Dezember 1945 zunächst auf 2,40 französische Fronc festgelegt. Zum 17. Dezember 1948 wertete man auf 5,50 V auf. Seit 1. Januar 1959 galt 1.000 CFP-Fronc ist gleich 55 neue Fronc. Seit der Einführung des Euro in Frankreich und der damit einhergehenden Fixierung des französischen Frons an den Euro im Jahr 1999 ist auch der CFP-Fronc fix an den Euro gebunden. Mit einem Kurs von 1.000 CFP-Fronc ist gleich 8,38 Euro. Dieser Kurs ist durch Frankreich bei Bedarf änderbar. Im Umlauf sind Banknoten zu 10.000, 5.000, 1.500 Frons sowie Münzen zu 100, 50, 20, 10, 5, 2 Frons und 1 Fronc. Neu-Kaledonien und französisch-Polynesien haben jeweils ihre eigenen Motive auf den Münzen, Wallis und Futona benutzt. Münzen aus Neu-Kaledonien. Seit Präsident Jacques Chirac 2005 seine Zustimmung gegeben hatte, zum Jahr 2007 den CFP-Fronc durch den Euro zu ersetzen, Sofern die drei betroffenen Territorien sich einig würden, wurde in den betroffenen Gebieten konkret darüber diskutiert. Bereits im Januar 2006 hat französisch-Polynesien der Einführung des Euro zugestimmt. Wallis und Futona möchte sich der Entscheidung Neu-Kaledoniens anschließen, dort wurde jedoch noch kein Konsens gefunden. Aktuell wird weiterhin über die Thematik diskutiert. Die Einführung einer neuen Banknotenserie, die ab 2014 in Umlauf gebracht wurde, scheint Hinweis darauf zu sein, dass man von Zeiten der Zentralbank noch an ein längeres beibehaltendes Status quo glaubt.